Willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und heute habe ich als Hauptgast den Gyni, den Gyni von Breakout-Kanal. Seid gespannt, was es für Videos gibt. Es sind viele wichtige Informationen dabei, die euch weiterhelfen können. So, Petey. Du kannst das Wasser natürlich so schöpfen wie die. Will ich aber nicht. Ich will mein Wasser vorfiltern. Ich will die Schwebstoffe gleich hier lassen. Und da das natürlich ein Gewebe hat, nehme ich jetzt meine Flasche und ziehe einfach die Socke drüber. Und dann tauche ich sie ins Wasser und die Socke fülle das da schon vor. Dann lasse ich den Scheiß hier. So, kann sein, dass das jetzt jemand ewig findet. Das ist mir völlig egal. So, zwei Flaschen nehmen wir mit. Willst du auch mal mitkommen? Wir brauchen eine seichte Stelle. Jo, das ist nicht tragfähig. Das ist ein netter Schwamm hier. Die Flasche ist ziemlich weich, Petey. Aber das, was du da drin hast, ist natürlich schon super gefiltert. Wenn du guckst, da ist nichts dran. Ich nehme mal den Bereich. Der ist ein bisschen offen, Paul. Da müsste mehr durchgehen. Vielleicht kommt ein Wälz und beißt mir in die Hand. Ja. Dann können wir gleich Mittag essen. Ich will rein. So ist natürlich ein bisschen mühselig. Warum war die Flasche so weiches, ne? Ich weiß ja nicht, wer diese Flaschen herstellt und verkauft. Aber taugen tun die Flaschen natürlich nichts. Aber im Prinzip ist logisch, ne? Ja, genau. Super. So, siehst du, jetzt haben wir hier schon ungefähr ein Liter drin. Siehst du, wie klar das ist? Ja, das kenne ich so nicht mit der Socke. Ja, man darf sich vor sich selber nicht ekeln, ne? Man darf sich halt selber nicht ekeln. Ich mache das halt immer mit einem Dreieckstuch oder mit einer Käppi oder so. Oder mit meinem T-Shirt. Einverstanden? Jawohl. Geht jetzt auch leichter, wo die Flasche schon etwas befüllt ist, weil die nachgiegt, ne? Die zickt nicht so rum. Siehst du das? Oh ja, jetzt ist ja. Weil die jetzt sich nicht mehr zusammenquetscht. Jetzt will ich das Gras wegschleudern und schleudern wahrscheinlich den Deckel weg. Da muss ich doch hinterher. Da muss ich hinterher springen. Und ich dachte, du nimmst hier das Endstück der Socke. Da, wo deine Zehe sind. Das Gewebe ist viel zu dicht genäht. Also, die werden ja gestrickt. Genau. So, ich zeig das mal. Siehst du das hier? Das ist natürlich viel zu dicht. Das geht nicht. Das ist ja mehr Lage hier gestrickt. Also, heißt es dann nicht? Ist mehr gefiltert, weil es... Ja, aber das schaffst du mit so einer Babyflasche nicht. Guck mal, hier hast du ja... ...dunner. Kannst du das sehen? Ja. Wie das transparent ist? Und deswegen... Also, wenn du jetzt Wollsocken hast oder so, dann geht das natürlich viel besser. Aber die habe ich jetzt nicht an. Du, wie gesagt, ich pisse auch in die Flasche und lasse das in die nächste Flasche kondensieren. Und sauf dazu. Mich alles egal. Also, entweder überleben oder nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Und da jetzt einen auf Mämme zu machen. Ih, das ist eklig. Ja, viel Spaß beim Sterben. Ich will das nicht. Ich will leben. Das sind so Dinge, da muss man eben mal seinen Schweinehund überwinden, weißt du? Ja. Das kenne ich so gut. Die werden nachher schön geschleudert. Mit dem Stein. Dann trocknet die an der Stunde und dann ist die Scheiße erledigt.